Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über das Sommerhaus der Stars. Anne-Marie Eilfeld und ihr Freund Tim Sand sind raus aus dem Sommerhaus der Stars. Kurz nach der Entscheidung fällt ihnen der Abschied zwar schwer, aber für Tim steht fest, ich kann erhobenen Hauptes gehen und sagen, wir waren das stärkste Paar, mit Lischer und Lu zusammen. RTL hat nach dem Sommerhaus aus mit dem Paar gesprochen. Warum Anne-Marie ihren Auszug als unfair und sogar als Hiobsbotschaft für die anderen Paare versteht. Anne-Marie wird Eva Bene Tattoo absolut zero fehlen. Für das Paar war die Zeit im Sommerhaus der Stars der erste gemeinsame TV-Auftritt und den werden sie wohl nicht so schnell vergessen. Denn im Spiel tierisch blind ging Tim K.O., weil sein Kontrahent Michael ihn versehentlich mit einer Keule bewusstlos geschlagen hat. Es war eine Gehirnerschütterung mit einer Prellung, erzählte RTL nach dem Knockout. Bis heute leidet er unter den Folgen des Schlags. Allerdings sind auch schöne Dinge passiert. Zwischen den YouTubern, Lischer und Lu, und dem Pärchen ist eine echte Freundschaft entstanden. Die beiden Damen haben auch gerne mal zusammen gelästert und deshalb fällt der sonst so taffen Lischer, der Abschied besonders schwer. Sie weiß, es wird jetzt so eklig. Ich traue niemandem mehr. Eine andere, nämlich Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Bene Tattoo, freut sich über Anne-Maries aus. Sie wird ihr und ihrem Verlobten Chris absolut zero fehlen. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über das Sommerhaus der Stars. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal.